Du siehst, ich renne da rum im Wald. Ja, ja, da gibt es auch Wald hier in Frankfurt. Da musst du nicht in das Schwarzwald fahren. Der Streich hat ja eh gestern verloren, 1-3. Aber das finde ich nicht ganz so schlimm. Weisch? Das finde ich einfach nicht so schlimm. Weil für mich müssen die nur Zwölfter werden. Nicht so wie Eintracht, Europapokal und dann 1-6 gegen die Hertha. Gegen die Hertha, gegen die Arschlöcher. Also, es tut mir leid, aber nutze dir doch auch. Der Brezel oder wie er heißt, ja. Aber ich bin heute im Wald und laufe da von mir alleine hin. Du siehst, ich laufe leid. Warum? Die Eintracht-Fans, die meine Freunde sind, sind so auf mich. Weil ich gesagt hätte, es steht ihnen recht. Reden die ganze Zeit vom Europapokal. Und vergessen drüber die Bundesliga. Und was kommt dann dabei raus? Was kommt dabei raus? 1-6. Der hilft auch der Flume und der Rosetal von Frieburg nicht. Überhaupt nicht. 3-5. 2-5. 1-6.